Das 6-Tage-Rennen auf TV Berlin wird Ihnen präsentiert von der Allianz F200. Ihre Agentur für Versicherungslösungen für Privat- und Gewerbekunden. In der Friedrichstraße 200 in Mitte und jetzt neu auch in der Cottbusser Straße 4 in Kreuzberg. Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu einem neuen TV Berlin Spezial. Immer wieder ein Tag Zeitversetzt hier vom 107. Berliner 6-Tage-Rennen. Ja und gleich zu Beginn unserer Sendung bringt sich natürlich mein Kollege Jan-Olaf Strackholder wieder auf den neuesten sportlichen Stand. Stefan Bötticher ist von Berufswegen her nicht nur Sprinter, sondern auch Polizist. Und man kann sagen, dieser Gesetzeshüter ist eigentlich schneller als die Polizei erlaubt. Naja, also sofern ich weiß, gibt es hier kein Speedlimit. Wir sind ja in Deutschland und ich denke mit der Zeit heute, mit der Durchschnittsgeschwindigkeit, die ich da gefahren bin, kratze ich schon ganz schön an der Grenze, was möglich ist. Das ewige Duell Förstemann gegen Lewy, das die Zuschauer beim Berliner 6-Tage-Rennen stets in Ekstase versetzte, ist nun um eine weitere schnelle Komponente ergänzt worden. Stefan Bötticher mischt das 6-Tage-Rennen im Sprint entsprechend im Velodrom auf. Neue Bahnrekorde sind dabei inklusive. Ich sag mal, die zwei haben eine lange Geschichte, die fahren schon viele, viele Jahre. Ich denke, mit der Zeit heute habe ich die Ansprüche oder klar, klar dargelegt, dass ich hier gewinnen will und vielleicht einen kleinen Generationswechsel anstoßen will. Mal sehen, wie jetzt die nächsten Tage noch verlaufen. Es sind noch nach der Nacht immer noch drei Nächste, da kann noch viel passieren. Aber ich bin gut drauf und sehe eigentlich dem Sieg sehr optimistisch entgegen. Klare Worte von einem ambitionierten Fahrer der Generationswechsel steht unmittelbar bevor. Stefan Bötticher kennt dabei nur ein Ziel, schneller werden von Tag zu Tag. Ich denke, es gehört viel Disziplin dazu, einen tiefer Augen, auf das man hartnäckig hinarbeitet. Aber auch die Entwicklung, dass man immer größere Gänge fährt, trägt dazu bei, dass die Zeiten immer schneller werden. Und ich bin heute auch noch mal wesentlich größer als die letzten beiden Tage gefahren. Ich denke, das war auch der ausschlaggebende Punkt, warum es noch mal um einige Zehnte schneller war. Gerade auch die Sprinter faszinieren immer wieder täglich das Publikum im Berliner Velodrom. Um Stefan Bötticher hat man hier natürlich längst auf der Rechnung. Der Fahrer selbst freut sich, wenn er es mitbekommt, über die Unterstützung des Berliner Publikums. Ansonsten ist man natürlich im viel zitierten Tunnel. Wenn so viele Leute hier sind, ich denke mal, heute haben wir die Zehntausender-Marke geknackt, weil es sind heute noch mal wesentlich mehr da als gestern. Ja, ich sage mal, man ist schon in gewisser Weise im Tunnel. Die letzten zwei Runden, denke ich, letzten zweieinhalb vielleicht. Aber vorher ist es einfach unglaublich. Ich denke auch, dass das nur heute möglich war, so eine Zeit zu fahren, weil das Publikum einfach so eine super Stimmung gemacht und einfach einen so nach vorne pusht. Stefan Bötticher, ein Polizist und Sprinter, der sportlich kein Tempolimit kennen will. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch junge Talente fahren natürlich hier beim 107. Berliner Sechs-Tage-Rennen. Ja, unter anderem für das Patronat Treptow-Köpenick. Und ich habe mit dem Chef vom Tourismusverein mal eingeladen, Matthes Richter. Hallo, hallo euch beiden auch. Matthes, Treptow-Köpenick ist ja ein wunderschöner Bezirk im Südosten Berlins. Warum habt ihr gesagt, wir engagieren uns mit hier beim Sechs-Tage-Rennen? In allererster Linie, weil wir hier das beste Publikum haben, um genau für die Dinge zu werben, die uns eben halt sehr wichtig sind, dass wir die beliebteste Radregion Berlins werden wollen. Und was kann man sich besseres vorstellen als so ein begeistertes Radsport-Publikum eben halt hier wie beim Sechs-Tage-Rennen. Beliebteste Radregion Berlins, was heißt das? Was plant ihr da vielleicht auch in den kommenden Monaten? Ja, nicht nur in den kommenden Monaten, sondern in den nächsten zwei, drei Jahren bis 2020 wollen wir also das gesamte Radwegenetz weiter ausbauen. Wir wollen einfach mit tollen, spannenden, attraktiven Themen, lebenden Themen viel, viel mehr Publikum in unsere Region holen. Und das alles eben halt rund um das Thema Fahrrad. Dann hast du ja zwei deiner Patronate sozusagen mitgebracht. Einmal Jakob Gessner aus Erfurt, beide. Und Max Germann, hallo nochmal euch beiden. Und erstmal, warum oder was macht die Begeisterung hier beim Sechs-Tage-Rennen für euch als Radsportler aus? Naja, wir fühlen uns einfach wie die Großen, sag ich mal, weil dieses Publikum ist der Wahnsinn. Wir werden angefeuert, als wären wir die Profis und können somit hier heranwachsen, sag ich mal. Und was meinst du dazu? Ja, es ist auf jeden Fall eine wundervolle Bahn hier, ist ja neu gestaltet worden alles. Es fährt sich auch richtig gut, mein Tag heute war auch richtig gut. Und ich denke, die nächsten Tage werden richtig super werden. Ist das eigentlich für den Traum für so einen jungen Radfahrer beim Sechs-Tage-Rennen mitzufahren? Ja, natürlich, weil wir wollen Aufmerksamkeit, sag ich mal. Und ja, das Publikum hier ist der Wahnsinn. Es ist schon wieder eine volle Halle, so gut wie. Und es ist gerade mal 18.30 Uhr. Ihr kommt ja nun aus Erwur, aus dem schönen Thüringen. Nicht so schön wie Treffel-Köpenick, aber fast so schön. Gibt es da so etwas Ähnliches wie so ein Sechs-Tage-Rennen? Auch so ein Radsport-Event in der Größe? Oder sagt ihr, nee, europaweit ist das Sechs-Tage-Rennen aus Berlin des Bekanntesten? Ich denke, das Sechs-Tage-Rennen ist das Bekannteste, zumindest auf der Bahn. Und wir hatten ja eine bekannte Thüringen-Rundfahrt. Die gibt es ja leider nicht mehr. Es ist ja nur noch für die Frauen. Und ja, so sieht es aus. Frau Orden, da kommen ja auch viele Besucher auf ihre Kosten. Die sind ja jetzt auch beim Sprint toll mit dabei. Mathis, erzähl mal ganz kurz, was steht 2018 bei euch im Bezirk alles an? Du sagst gerade, Fahrradregionen sollen gefördert werden. Aber nichtsdestotrotz, Thema Naherholung. Vielleicht auch gibt es andere Entwicklungen, was die City in Köpenick angeht. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Das betrifft jetzt die jungen Sportler hier weniger, weil die treten nun wirklich mit ihrer eigenen Kraft in die Pedalen. Aber alles, was Elektromobilität ist, das drückt also immer mehr in den Fokus. Es muss uns gelingen, Ladeinfrastrukturen in der Region zu schaffen, gerade an wichtigen touristischen Hotspots, dass man dort auch länger verweilen kann, sein Rad auftanken kann, tolle touristische Erlebnisse mitnehmen kann für sich. Das ist für uns sehr, sehr wichtig, weil das ist ein Schritt nach vorne und wir merken ein sehr, sehr großes Interesse auf diesem Thema. Und gerade dort wollen wir eben halt auch Vorreiter sein. Habt ihr jetzt noch ein Rennen hier beim Sechstage-Rennen oder seid ihr erstmal durch? Ja, wir sind vor knapp einer Stunde eingestiegen und werden jetzt noch bis Dienstagabend drei weitere Rennen bestreiten. Ihr fahrt hoffentlich auch nochmal privat nach Treptow-Köpenick, oder? Ja, ich hoffe auf jeden Fall. Ich freue mich, wie gesagt, sehr auf jetzt die nächsten Rennen. Wir fahren jetzt die nächsten Rennen nur noch Madison, jeweils 30 und 40 Minuten. Und ich bin gespannt, was mit meinem Partner jetzt läuft. Wir sind ja letztes Jahr zusammengefahren, ich habe jetzt einen anderen Partner. Und ja, ich bin gespannt, was vor dem Publikum alles so möglich ist. So ist halt manchmal die Entwicklung. Ich wünsche euch viel Vergnügen, toll, toll, toll und sportlich alles Gute. Vielen Dank für den Besuch hier. Mit 250 Punkten kann Lisa Klein bei den diesjährigen Sixth Day in der Gesamtwertung den dritten Rang einfahren. Ein Ergebnis, das sich sehen lässt. Gerade weil sie als Einzelkämpferin sich erstmal einbuven musste in Sachen Sechstage-Rennen. Ich bin noch nie das neue Omnium gefahren. Ich mache das hier zum ersten Mal und es ist natürlich eine super Erfahrung. Und zum Beispiel die Temporunden, die bin ich auch zum ersten Mal gefahren. Also ich wusste gar nicht, ab was ich mich einlasse. Mir war nur von Anfang an klar, das sind jetzt 30 Runden Anschlag. Viel gelernt, viel mitbekommen. Lisa Klein verlässt Berlin mit tollen Eindrücken. Man kommt halt nochmal in den Rennmodus zurück und erinnert sich nochmal, wie hart eigentlich Radrennen fahren ist. Und das ist natürlich ganz gut und macht Spaß. Eine sympathische Sportlerin beendet das Rennen auf dem dritten Platz. Vielleicht sieht man sich im nächsten Jahr ja wieder. Ja, liebe Zuschauer, gucken Sie mal, wen ich hier getroffen habe beim Berliner Sechstage-Rennen. Thomas Günther vom Infinity-Zentrum Berlin. Hallo erstmal Thomas. Was macht Infinity eigentlich ja auch so, was macht die Leidenschaft auch für das Sechstage-Rennen aus? Hallo Harald, schön dich zu sehen. Das ist spannend wie ein Autorennen. Ich bin begeistert. Ich kann gar nicht verstehen, wie das acht Jahre an mir vorbeigehen konnte. Mein erstes Sechstage-Rennen. Schön, dass ich hier sein kann. Das gefällt dir am meisten. Ist es wie die Radfahrer hier vorbei düsen? Ist es vielleicht auch die Stimmung, das Programm, was hier geboten wird? Also in erster Linie schon, wie die Menschen hier Sport treiben. Was das wahnsinnig ist, wahnsinnige Geschwindigkeiten, die schräge Bahn. Es ist einfach faszinierend. Dazu kommt die Stimmung, wie bei jedem Event in Berlin. Prima Stimmung, coole Leute. Was gibt es Neues bei euch bei Infinity? Das Lebensgefühl, Schnelligkeit verkörpert ihr ja auch. Schnelligkeit sowieso. Wir haben ein Q60 Coupé, ganz neu, 405 PS. Wir bleiben weiter in Berlin und starten durch und freuen uns auf die nächste Saison. Ich wollte gerade fragen, was kann uns da erwarten? Die ganze Welt redet ja über Dieselfahrverbote etc. Hat sich da Infinity vielleicht auch etwas einfallen lassen. Habt ihr vielleicht auch bessere Technik, die den Autokunden zur Verfügung stellt? Diese war noch nie immer unser Schwerpunkt. Wir haben immer schon auf Benzin und Hybrid gesetzt. Hatten auch gute Dieselmotoren, ganz klar. Aber die Entwicklung geht auf Hybrid und Elektro. Ihr habt ja auch ein großes Portfolio wahrscheinlich. Das wächst langsam. Wir sind klein und fein und wachsen auch in den Elektromarkt hinein. Da wird in den nächsten Jahren noch bahnbrechend was passieren. Letzte Frage. Das Sechs-Tage-Rennen bietet ja auch immer für Unternehmen, also Gäste von Unternehmen. Also du bist ja Autohändler auf gut Deutsch. Auch immer die Möglichkeit mit anderen Firmen, mit wichtigen Leuten aus allen Bereichen ins Gespräch zu kommen. Hast du schon jemanden Wichtiges getroffen, wo du sagst, genau deswegen bin ich auch hergekommen. Weil diese Leute trifft man nur hier. Unter anderem Thomas Günther von Infinity. In Berlin gibt es viele wichtige Leute, aber hier trifft man auch wieder viele Leute, die wir bei anderen Events kennen oder bei euch kennen. Echt sehr spannend. Schöne Plattform. Ja, dann wünsche ich noch schöne Rest-Six-Day. Und hoffentlich ist Thomas Günther auch beim 108. Sechs-Tage-Rennen wieder mit dabei. Euch auch noch eine spannende Zeit. Vielen Dank. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war's. Unser TV Berlin-Spezial vom 107. Berliner Sechs-Tage-Rennen für heute. Wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie möchten, zur gewohnten Zeit 20.45 Uhr und 22.45 Uhr hier auf TV Berlin. Bis dahin. Schönen Abend noch. Das Sechs-Tage-Rennen auf TV Berlin wurde Ihnen präsentiert von der Allianz F200. Ihre Agentur für Versicherungslösungen für Privat- und Gewerbekunden. In der Friedrichstraße 200 in Mitte und jetzt neu auch in der Cottbusser Straße 4 in Kreuzberg.